Das ist ja nicht verkehrt. So, setzen sie uns jetzt wieder hoch, wenn wir hier den Schwung verloren haben? Dann müssen wir uns dazu erstmal irgendwie auf den Maul haben. Ah, jetzt bin ich wieder oben. Oh, schön hier. Also muss ich auf jeden Fall nochmal wiederholen, Marihuana ist eigentlich überhaupt nicht gut. Lasst euch das gesagt sein, aber wird denn halt so ist in der Jugendzeit, da macht man öfter irgendwie Spinnsel. Natürlich gern mal irgendwie Spinnsel, sag ich mal. Und ja, das war bei uns dann halt eben die Seite, wo wir lieber zu den leichteren Drogen, sag ich mal, geritten haben. Obwohl ich zugeben muss, ja, so eine Ecstasy-Pille habe ich auch mal geschluckt, aber naja, war nicht so doller, na obwohl, war schon dolle. Anfangs wolltet so ja nicht wirken, um das mal jetzt zu verdeutlichen. Und ich sage hier nochmal, Drogen sind nicht gut, wer auch immer das jetzt hört von euch und warum ich diese Themen hier anspreche. Und das war auch mein einzigste, die haben ein bisschen was härteres, was ich genommen habe. Da gab es dann nichts mehr, außer natürlich Gras, was davor war und was danach dann immer noch kam. Aber hier, ja, jetzt Ecstasy, die wollte anfangs überhaupt nicht wirken und hat mir ziemlich runtergedrückt, auch ziemlich mies gemacht von der Stimmung, ja. Weil, ja, Kumpels natürlich mit dabei gewesen, die dann sie alle hoch, was weiß ich, eine halbe, eine ganze hinter ihr schmissen oder sowas. So, wir gehen natürlich nochmal hoch. Und völlig am Abfeiern oder so. Und dann, ja, bei mir, da wollte das so gar nicht flutschen. Erst grimmig gewesen, dann hat mir, glaube ich, eine Freundin, einen Kopfhörer von einem Walkman, von einem Discman, glaube war das, mit CD so ein Teil, weil damals gab es, war eigentlich so breit vertreten mit, mit MP3-Playern in den 90ern oder so, sind mir so, ja, ihren, ihren Kopfhörer von ihren Discman aufgesetzt und nach einer Weile, ja, irgendwie treibender Musik, sag ich mal, da ging dann los, ja, da musste der Tobi halt tanzen, die ganze Zeit, Junge, da war er der glücklichste Mensch auf Erden. Nee, 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 würde ich aber heute nicht mehr machen. Das ist ganz schlimm. Dann hinterher gewesen, auch bei mir. Dass du da, ja, das ist wahrscheinlich bei, bei Grasrauchen anders und, ja, da hast du dann eben nicht so die Birne. Beim Grasrauchen, da fiel mir immer auf, du hast mächtig viel Durst und mächtig viel Hunger. Auf jeden Fall dabei. Aber da, nach der Pille, da, ja, weiß nicht, warst du down gewesen, auf jeden Fall. Und da ziemlich doll, also als hättest du einen heftigen Kater, damit kann man für gleich, vielleicht vergleichen, einen heftigen Kater vom, vom, vom Alkohol saufen oder so und vom Alkohol trinken, sorry. Ja, ja, und heute geht da gar nichts mehr. Nee, heute bin ich los davon. Ich war auch nie so richtig dran gebunden, muss ich sagen. Also, trotzdem ich damals, ja, nahezu täglich Gras geraucht habe, fiel es mir eigentlich relativ einfach, im Gegensatz zu manch anderen Kollegen von uns, in unser Grüppchen, ja, damit aufzuhören. Ja, das war nicht so schwer. Gut, anfangs vielleicht ein bisschen, als du gesagt hast, nee, jetzt reicht das, jetzt wird mir ja zu bunt. Da, wo, ja, bei den anderen alle mit Bad Herteren dann eben immer regelmäßig weitergingen, ja. Und, ja, wenn ihr denn mal Marihuana probiert, seid nicht so dumm und macht, ja, oder, oder sucht euch da den härteren Kick, auf keinen Fall. Das ist das mieseste, was ihr machen könnt. Hab damit zwar keine Erfahrung, aber, ja, ich hab's an, vielleicht an den einen oder anderen Kumpel da gesehen, ja, wie weit das gehen kann. So, ich mach immer nur den, denselben Grab hier auch. Ich werd mal versuchen, mehr auf den, auf den linken Träger zu drücken. Oh, der kam ein bisschen sloppy runter. Jo, jo, ja, das sollte man nicht verharmlosen. Selbst hat Grasrauche natürlich nicht. Jetzt wollen sie ja versuchen durchzusetzen irgendwie, dass Leute, die da wirklich arge Beschwerden haben, die arge Schmerzen haben, die unter Argenschmerzen, ja, chronisch leiden, sag ich mal, dass die dann wenigstens mal ab und an eine Tüte rauchen können. Oder, naja, ich denke mal, Gras ist sehr vielseitig. Da kann's ja auch, was weiß ich, hat man ja öfter mal gesehen oder gehört in irgendwelchen Filmen oder irgendwo anders, dass man da ja auch lecker Gebäck von machen kann oder so. Und ich denke mal, das ist kein Gesponder. Das geht tatsächlich, obwohl selbst damals nicht auf den Trichter gekommen. Und ja, da finde ich das wiederum nicht verkehrt, weil ich ja auch bei uns kenne meinen Bruder, der Thomas, der leidet unter Argenschmerzen. Und ja, die sind manchmal sogar so heftig stark, da wo er sich kaum noch bewegen kann. Irgendwie Rückenschmerzen oder sowas hat er dann. Arsch! So, wir werden mal hier wieder raus. Das ist hier ein bisschen eintönig hier drin, finde ich gerade selbst. Gucken, wo der Ausgang ist. Ich denke mal, wir müssen hier doch irgendwo... Ja, ich denke mal, der ist hier vorne. Und schön auch hier oben die komische Anzeigetafel, ja. Dann machen sie doch dann in der Karriere die X-Games. Sieht man ja hier überall X-Games-Plakate. Ist ja unschwer zu erkennen. Und ja, schön gemacht auf jeden Fall auch hier das Game. So, raus hier. Ja, der leidet unter Argenschmerzen, der Thomas. Und ja, für den wäre das natürlich eine ideale Lösung dann auch. Weil natürlich auch die Schmerzen kriegt, ja. Über einen bestimmten Zeitraum. Ja, ja, ja. Und ob das wirklich verblödet, das ist doch auch nicht richtig nachgewiesen. Ich denke mal, wenn man das legalisieren würde, kann ich mir vorstellen, zumindest das Marihuana, das Gras. Dann würde es auch weniger Probleme geben mit Leuten, die auf Drogen hängen bleiben. Beziehungsweise, also besser gesagt, mit Leuten, die dann höhere Drogen suchen, möchte mein. Die nach was stärkeren dann immer mehr Haus sind, ja. Möchte sagen, kann ich mir gut vorstellen, dass das dann funktioniert, dass das ein guter Nebeneffekt wäre. Oh, da hat es mir das Bord unter den Füßen weggerubbt. So, wo sehe ich denn hier unten? Warte mal kurz. Ich muss mal hier kurz pausieren. Ich bleibe mal einfach stehen. Wo sehe ich denn hier unten? Wie viel Zeit schon vergangen ist? 28 Minuten? Ist das richtig? Mir kommt das mega lange vor gerade. 1.18 Uhr, mitten in der Nacht wieder. Und was macht er hier? Er schiebt uns erst mal an. Ah, ah. Ah, ne, ja, 29 Minuten. Ich möchte sagen, da unten, das ist die Aufnahmezeit. Das ist ja... Ich dachte, wir hätten hier schon locker eine Stunde rum. Alter. Dann geht es jetzt natürlich noch weiter. Auf jeden Fall. Ja, und ich kann mir zurück erzählen, hier hat man auch Gebiete gehabt, die rot eingefärbt sind auf der Minimap da oben. Und das heißt, die wird ja durch Securities, durch Security-Personal bewacht. Und die Hoffliegen, oh, wieder viel zu spät abgesprungen. Nee. Möchte meinen. Und die rennen einen dann natürlich hinterher, sofern man sich dort blicken lässt, ja. Und skitschen kann man doch hier auch irgendwie. Komm mal her, du Taxi, wo bist denn du? Ach, ne, das war ja kein Taxi hier. Du kannst uns gleich mal... Ja, ich glaube, je tiefer wir kommen hier, also jetzt anhand von der Lage, sag ich mal, je mehr das bergab geht im Spiel, desto tiefer kommst du rein in die Großstadt. Sieht man ja hier schon, wir sind ja schon mittendrin mit den Hochhäusern. Und je höher wir kommen, kommen wir aber immer mehr in, ja, in, wie soll man sagen, in ruhigere Gefilde der Stadt, ja. Also lasst nur mal drauf achten, dass wir hier ein bisschen an Höhe gewinnen. Dass wir hier rauskommen aus, aus, ja, dem tristen Stadtgrau, sag ich mal. Ist ja auch ein super Thema, ja. Stadt leben, Dorf leben, Land leben. Ist ja nicht so, dass ich ein komplettes Landei bin. Also wer meine Videos jetzt des Öfteren verfolgt hat, der weiß natürlich, dass ich vom Land herkomme. Herkomme. Und auch auf dem Land geboren und aufgewachsen bin. Aber so ein komplettes Landei würde ich gar nicht mal so sagen. Ich habe ja, wie man dann auch erfahren hat, durch diverse, ja, meiner Videos, sag ich mal, auch Bundzeit in Berlin gehabt. Die waren neun Monate. Und das, ja, das fand ich auch jetzt nicht, gar nicht mal so blöde. Obwohl einem dann erst richtig bewusst wird, wenn du U-Bahn fährst, wird da halt, ja, wird da halt mievt, ja. In so einer U-Bahn-Station, nach, was weiß ich, nach Staub vor allen Dingen. Das ist ja irgendwie völlig verstaubt da unten, kann ich mir vorstellen. Aber, ja, mal ehrlich, so einen U-Bahn-Tunnel, Land laufen, so einen stillgelegten vor allen Dingen. Ich bin ja sowieso Fan von irgendwelchen zerfallenden Zeugs, sag ich mal, zerfallende Gegenden, zerfallende Gebäude oder so. Wenn die so richtig schön alt und zerfallen sind, also nicht komplett zusammengefallen, natürlich nicht. Aber ihr wisst doch, was in meinem alten Fabriken-Gelände oder sowas. Da wäre ja so ein, ja, das stillgelegte U-Bahn-Schacht auch nicht verkehrt. Und davon, so glaube ich zu wissen, gibt es doch in Berlin auch so einige. Jo, jo, oh, hier wird es schon ein bisschen ruhiger, obwohl es hier gerade wieder bergab geht. Und wir haben doch hier irgendwo eine Karte gehabt. Ach nee, ich muss, glaube ich, andere Taste drücken, da können wir unseren Backpack aufmachen. Und da steht Rick Ross mit Hustlin, das hören wir jetzt ja gerade. Gott sei Dank nicht. Ich meine nicht, dass es ein schlechter Song ist, der passt sehr gut zum Game. Bin auch, ja, Hip-Hop-Fan, sage ich mal, nicht vorrangig. Aber ich höre ab und dann auch mal gerne Hip-Hop. Gehört ja halt auch zu meiner Vergangenheit mit zu, zu meiner Jugendzeit viel. Und ja, jetzt gucken wir hier quasi in unseren Backpack drin und wir können hier noch mehr machen. Sieh gerade, siehste. Das wusste ich auch alles gar nicht mehr. Natürlich war mir bewusst, du kannst dein eigenes Brett zusammenschrauben. Aber mit Accessoires und Klamotten und so, das ist mir schon wieder entfallen. Obwohl ich natürlich wusste, dass man die kaufen kann, aber dass das hier sich wechseln lassen kann. Also mit Accessoires hätte ich jetzt gar nicht gerechnet mit Uhren irgendwie oder, oder was weiß ich, was dazu zählt. Noch irgendwelche Brillen oder Caps oder so. So, Musik, Xbox Live, Medien und Trickbuch. Ich wollte eine Karte erst mal gucken, bevor ich weitersehe. Äh, das ist Res. Was haben wir hier? Suburbs. Ich glaube, wir können nur reisen, wenn wir hier so eine Bahnstation finden. Oder ist halt U-Bahn da. Heranzoomen. Wo sind wir denn gerade? Wo sehe ich mich denn gerade? Ach, da oben in der Ecke, wa? Ja. Da oben in der Ecke. Ja, da müssen wir jetzt geradeaus und dann geht es weiter gen Norden. Okay. Ich habe gar nicht darauf geachtet, ob sie unsere Minimap dann im Game mitdreht oder nicht. Wenn sie es nicht tut, dann ist sie ja ziemlich einfach, da Norden auszumachen. Und wenn sie sie mitdreht, dann wäre es auch ziemlich einfach da Norden auszumachen, wenn da ein N dran steht. Nee, steht gar nicht. So, wir müssen hier geradeaus, sagte ich. Ja, hier die Fußgänger noch ein bisschen auf den Senkel gehen. Oh, die gehen eher uns auf den Senkel. Ja, wo war ich denn stehen geblieben? Ich glaube, bei Hip-Hop-Musik. Das war das letzte, was ich angesprochen hatte oder so. Wir wollten noch im Rucksack nach den Skateboards gucken. Aber lasst uns mal erstmal hier ein bisschen weiter raus aus der Stadt, würde ich sagen. Und die Punkte, ich glaube, die Punkte auf der Minimap, die zeigen immer andere Skater an. Weil es gibt ja hier auch KI-Skater. Die skaten hier immer durch die Stadt, quer durch die Stadt. Ich weiß gar nicht, was für einen Namen die Stadt trägt. Das wusste ich aber noch mal. So, hier waren wir schon mal, glaube ich, zu wissen. Ziemlich am Anfang. Siehst du, ich habe ja auch nicht darauf geachtet. Jetzt habe ich ja Ton auch über den Fernsehausgang. Wollte jetzt nicht unbedingt die Anlage anschmeißen, weil ich dann... Oh, jetzt macht er hier noch auf der Treppe ein paar Tricks. Weil mir das dann, denke mal, schon zu laut reinschaltet im Mikro. Aber ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wie das sich auswirkt. Selbst der leise Fernsehton hier. Auf die Aufnahme, also durch Mikrofon im Speziellen halt. Kann man hier echt nicht absteigen? Ach, einen Session-Marker habe ich hier. Stimmt. Können wir uns dann immer, sofern wir einen guten Spot gefunden haben, zurück teleportieren. Ziemlich zügig. Das weiß ich. Und das hier, das sieht mir aber schon aus wie eine Art Skatepark oder sowas. Den wäre komplett runter am Ende Juellen. Dem Pfad. Oh, da zappelt er aber schon drauf. Weißt du, so hätte ich das da am Hang machen müssen. Dann hätten sie aber geschwitzt, Junge. Also jetzt, bei uns damals, zur Jugendzeit. Dann unten kurz vorstehen. Das habe ich genauso gemacht. Kurz bevor ich gestanden habe. Hau es nochmal nur ordentlich halt raus. Aber geht noch weiter runter. Und dann kommen wir wieder tief in die Stadt hinein. Das ist ja kein Problem, da wieder hochzukommen. Ein bisschen Fahrt aufnehmen hier. Ja, ja, ja. Seht der mir denn ähnlich, der Skater? Werdet ihr euch fragen, den ich mir hier kreiert habe im Spiel. Ich muss den mal als Ganzes sehen. Und jetzt steht gleich. Und jetzt hau ich noch ihn raus. Wie auch sind. 353 Punkte zwar nur, sag ich mal. Aber immerhin. Den Manual komplett runtergezogen. Ja, lasst ihn mir mal betrachten. Also von einer... Von einer... Boah, was hat denn der für ein T-Shirt? Das ist doch auch meins. Was steht da vorne drauf? Better? Aber halt doch mal, halt doch mal, halt doch mal. Na dann machen wir uns mal den... Nee, nicht Start, sondern den Rucksack auf mit der Back-Taster. Da müsste das... Dieser Gegenstand steht in diesem Modus nicht zur Verfügung. Schade. Die Decks ohne mich nicht. Eingehende Anrufe. Wir können ja mal in Karriere reingucken. Das tut mir mal. Denn das würde mir mal interessieren. Weil ich habe ein T-Shirt. Das ist nicht dasselbe, aber im selben Farbton gehalten. Auch so ein großes. Das habe ich sogar 3XL gekauft, damit das ein bisschen schlabbert. Und das ist... Was wollte ich machen? Ja, genau. Und das ist von Film, wer den Film kennt. The Warriors. Da gab es damals so eine Edition von Mark Eco. Wie war den Film? Oder hat er davon nur ein T-Shirt gemacht? Nee, ich glaube mehrere Shirts sogar. So eine Edition, habe ich gesagt. So eine Kollektion meine ich natürlich viel mehr. Und wir wollen Karriere natürlich fortsetzen. Und das sieht so ähnlich aus. Da steht dann eben vorne drauf. Warriors come out to play. Und ja, weiß ich jetzt nicht. Das würde mir mal interessieren, was hier drauf steht. Aber ich denke mal, das hat mit dem gar nichts zu tun gerade. Das denke ich doch mal. So, jetzt können wir hier sagen. Ja, wunderbar. Eric B and Rakim. Oder Ray Kim. Weiß ich nicht, aber damals auch gehört. Heute auch immer noch. River City. What? Ten Lines? Tran Lines? Nee, T-A-N steht doch da. Ist das hier River City, wo wir uns drin befinden? Und jetzt sehe ich ihn erst. Na, so viel Badwuchs habe ich nicht. Sage ich mal. Also, naja. Könnte ich vielleicht hinbekommen, wenn ich mir ordentlich Zeit lasse, mal beim Rasieren. Ordentlich Zeit lasse, mal nicht zu rasieren, ja, mit dem Rasieren. Aber, ja, so eine durchgehende, sage ich mal, so eine durchgehende Hutschnur habe ich auch. Ohne Oberlippenbart, ohne Goathe. Brillenträger bin ich auch. Und das sieht mir aus, ja, so ähnlich sieht meine momentane Brille auch aus. Ja, träge ich hier, glaube ich, eine Sonnenbrille. Und ich habe eine natürlich mit Sehstärke. Und die Haare, ja, bei mir, da wird hinten schon am Zwirbel. Hinten oben habe ich einen Zwirbel drauf, wie fast jeder, denke mal. So ein Wirbel auf der, ja, auf der Frise, in der Frise, sage ich mal, hinten am Kopf. Und da wird bei mir schon ein bisschen lichter. Leider Gottes, aber ansonsten, ja, dieselbe Haarfarbe auch. Und von der Statur, ja, bisschen breiter bin ich auch. Kommt also hin. Hat mir ziemlich gut dran gehalten, sogar bis auf den Bad. Würde sagen, na gut, meine Geheimratsecken sind auch schon ein bisschen gröber. Ich habe auch nicht mehr so richtig da. Selbst, also nicht nur am Zwirbel, sage ich mal, sondern durchgehend, sage ich mal. Ist jetzt nicht so, dass es komplett auffällt, aber... Nun ja, nun ja, wird weniger, denke mal, mit der Zeit jetzt. Man wird ja auch nie jünger oder man bleibt ja auch nie ewig jung. Mhm. Amen.